Gerade darum hab ich sie so lieb. Meine Mami ist mir niemals fremd. Ob im Abendkleid oder im Hemd. Wenn ihr so eine Mami habt, dann nehmt sie in den Arm und haltet sie euch warm. Denn schnell ist sie euch weggeschnappt. Wer wäre denn so dreist? Der Mann, der Papi heißt. Ja! Das ist doch nicht klar. Also meine Mami ist schon ziemlich alt. 30 Jahre alt und 30 Jahre alt. Doch gehalten hat sie sich nicht schlecht. Sogar die Haare sind noch immer echt. Meine Mami ist mein Kuscheltier. Und am liebsten schmuse ich mit ihr. Einen anderen lass ich da nicht dran. Damit fangen wir erst gar nicht an. Wenn ihr so eine Mami habt, dann nehmt sie in den Arm und haltet sie euch warm. Denn schnell wird sie euch weggeschnappt. Wer wäre denn so dreist? Der Mann, der Papi heißt. Meine Mami sagt, mach Fernsehen aus. Denn schon bald kommt der Papa nach Haus. Und ich tue es. Man muss ja artig sein. Papa kommt und schaltet es wieder ein. Meine Mami, die ist wirklich nett. Jeden Abend bringt sie mich ins Bett. Aber dreimal komme ich wieder raus. Denn ich weiß, das hält sie spielend aus. Wenn ihr so eine Mami habt, dann nehmt sie in den Arm und haltet sie euch warm. Denn schnell wird sie euch weggeschnappt. Wer wäre denn so dreist? Der Mann, der Papi heißt. Danke.